Liebe Kunden, die EMO 2021 steht bevor und ich möchte Sie recht herzlich einladen, die Weiss-Spindel-Technologie auf dem virtuellen Messestand der Siemens AG zu besuchen. Mein Name ist Ingo Markel-Basser und ich bin der Geschäftsführer der Weiss-Spindel-Technologie. Neben Neuigkeiten zu B-Achsspindeln, Mehrwert durch Digitalisierung und unseren Angeboten zum weltweiten Service und Retrofit werden Sie die Gelegenheit haben, im direkten Dialog mit uns zu treten und sich individuell beraten zu lassen. Wir freuen uns auf Sie! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!